Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute sind André und ich wieder am Harz unterwegs. Anfang Oktober super schönes Wetter, das mussten wir unbedingt noch mal nutzen. Und zwar sind wir heute hier in der Gegend vom Hahnenklee unterwegs, sind den Liebesbankweg zum Teil lang gegangen und machen jetzt einen Abstecker hier zum Grumbacher See oder Grumbacher Teich, der ist hinter mir gerade. Wunderschön, wie man sehen kann. Also wirklich eine tolle Gegend hier. Zwischenzeitlich war es etwas voll, aber das haben sie jetzt nicht abhalten können, hier die Tour zu machen. Also, seid gespannt. Viel Spaß beim Schauen. Auf Wiedersehen. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.